Mein Name ist Lena Sobko. Ich bin auf der Versuchsstation Saat Union in Bayern für Sojakultur zuständig. Es heißt von Zuchtgarten über die Versuche bis Produktion herein. Wir machen einige produkttechnische Versuche auch mit den Sojabohnen. Wir befassen uns mit der Thematik Reihenabstand, Saatstärken, auch in erster Linie die Sorten von unseren Züchtern. Deswegen, seit letztem Jahr arbeiten wir aktiv an einem Sojakompetenzzentrum hier in Bayern, weil das Ziel ist, in Deutschland 100.000 Hektar Soja anbauen und produzieren zu wollen. Daher wollen wir uns in diese Richtung entwickeln und zu dem Anbau beitragen. Warum Bayern? Warum hier auf der Versuchsstation Sojakompetenzzentrum? Ganz einfach, Soja kann man überall anbauen, allerdings nicht überall dreschen. Weil Soja kommt von Regionen mit sehr hohem Wärmebedarf und Wasserbedarf. Deswegen, zur Abreife braucht die Kultur bestimmte Temperatursummen. Und von bodenklimatischen Bedienungen auf dieser Region haben wir die Möglichkeit, guten Bestand, Sojabohnenbestand zu etablieren, genau auch hohe Erträge erzielen zu können. Ich gebe euch meine relacionamento. Und vonENT聚 habe diese Das ist mein Mut gips.